Ich bin Martin Murphy, 52 Jahre alt und ich bin leidenschaftlicher Architekt. Wir sind ein Büro von so um die 50 Leuten, vier Partners, Holger Jedecke, Jan Stürmer, seit letztem Jahr Casimir Altzweig und meine Person. Was ich hier sehr gut finde, ist der Qualitätsanspruch. Hier ist jeder begrenzt auf ein demokratisches, kleines Dreieck. Alle haben die gleiche Quadratmiete und die müssen mit Neuheiten kommen. Das macht uns als Architekten heiß. Wir kommen, weil wir wissen, ein Qualitätsfilter ist draufgelegt. Also, wie Mies gesagt hat, weniger ist mehr. Der Vortrag letztendlich war eine kleine Reise durch unsere Architektur. Ich finde, es ist immer interessant, zu versuchen, nicht so einen Werksvortrag darzustellen, aber vielmehr die Persönlichkeit des Büros und die Persönlichkeit des Projektes. Ja, und klar, ein sehr wichtiger Aspekt ist, ich würde sehr gerne transportieren, dass die Leute wissen, wie ich leidenschaftlich um meinen Beruf komme und leidenschaftlich dabei sind. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.